Drei Dinge zum Spielen Ball Scheiße, egal Hier, pass die Ball Ein Schachspiel Nein, kein Schach Ein Schachspiel Ein Schach 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 Schabe, Schale, Schauben Scheck, Scheich, Schlauch, Schere Schatz Schuhen machen, Schratsch Sack, Schabe, Schachtel Hier, eine Schachtel Karton, wenn wir Katzen spielen Okay, das geht nicht Ähm Ich habe Keine Ahnung, ich bin zu blöd Also, Ball, warum fällt mir eigentlich immer nur ein Ball ein Darts Darm, Dach Dale, Dame Spielstein Ich Äh Ich gucke mal, wir schreiben einfach Spiel Spieß, Stiegel Steil Spieß, Stier Spaniel Speer Spiegel Spinn Spindel Spion Spital Stier Säbel Save Sei erhebt Ähm Spielbrett Bitteschön Es hat Schöne erst, wenn ich die Hochzeit bekomme, die ich verdient habe Gib mir drei Dinge, um mich zu befreien Silke Säbel Spannione Spiele Spiele Ich habe hier mal eine Hochzeit Show Der bombsite Spiele Spiele He Hier ist doch eine Braut. Okay, das funktioniert nicht. Kuchen. So ein Priester. Hier. Warum ist jetzt ein Geist? Okay. Ballon. Nein. Hier. Hehehe. Okay, Ballon, ich taube. Ja, hab noch Vogel. Hier. Bitteschön. Tschüssi. Wer zum Teufel ist das denn eigentlich? Der Heiligenkirche und ich kann diesen Ort verlassen. Hä? Okay. Kreuz. Ja. Noch. Bibel. Bibel. Biber. Werde ich dazwischen noch ein E? Okay, so schreibt man Bibel auf jeden Fall nicht. Das wäre auch blöd gewesen. Okay. Ähm. Kerze. Einer. Und ein... Jesus. Okay, Jesus, geht nicht. Äh, ich kann nicht mehr Gott schreiben. Was passiert, wenn ich Gott schreibe? Ich hab Gott geschrieben Ich hab Gott erschaffen, hast du das gesehen? Ich hab Gott erschaffen, ja, ich kann Gott erschaffen Es gibt mir drei Dinge, die ich Lebzeiten wollte, damit ich Endlich gehen kann Ich war als längstes In diesem Haus Es gibt mir drei Dinge, die ich zu lebsamen wollte Wer denn? Du? Mein Schwert bestimmt Hier Das wollte ich schon haben Bitteschön Wollte ich denn wissen, was du wolltest Ein Pferd? Vielleicht Hier Ein Pferd wollte ich schon mal haben Ähm Prinzessin Hier Wollte ich jetzt noch auf dem Pferd Äh Was kann man noch so wollen Als Ritter Ein Schild Hinweis bei dem Waffenschutz Tadaa Da ist er, der Star Ride Wuhuhu Bam Das ist der Jäger Fertig Mensch Läuft 24 Star Ride Level vervollständigt Gute Arbeit Geh zu Lilly Geh mal zu Lilly Hallo Lilly Da Da hab ich sie Deine Star Ride Und du siehst immer schlimmer aus Also ich glaub, das wird nicht mehr viel besser bei dir hier Der Weihnachtsmann Nein, Weihnachtsmann Nein Oh Gott Naja Guck mal So viel Gebiet sind ja noch Eins Zwei Drei Vier Vier Gebiete noch Und wir müssen, sind ja schon immerhin schon mit eins Zwei Zwei durch Zwei Ja gut Ähm Ja, wir sind mit der Feuerwehr nicht durch Ja gut, das stimmt Aber Wie gesagt, ich krieg das eh noch nicht hin Oder mit der U-Bahn Feuerwehr, U-Bahn Ich krieg das mit dem Haus nicht hin Genau, mit dem Haus hab ich's nicht hin gekriegt Aber das ist hier schlimm Das schaffen wir schon Ne Also Dann geht's mal weiter hier in der Höhle Masküel Majuskelgrotte Willkommen in Majuskelgrotte Okay Hallo Hallo Majuskelgrotte Wie geht's dir? Schön? Gut, mir auch Was geht hier ab, ey? Guck mal, sie wollen Hilfe Sorgt dafür, dass die einsame User einen Partner findet Okay Dusa Ja Okay Aber das sind jetzt Die gleichen, ne? Okay, du willst Aber fangen nichts Na ja, dann hopp Ich brauch hier den Flügel hier Das ist da viel, um es viel zu beständig So Fische Hä? Die Sternzeichen Wichtig, die Sternzeichen Wir Lomp Das ist Lebener Fisch Bitteschön Naja, geht doch Okay Lass die Scheiße fallen mir ab Deck damit So Und du bist Was ist mit dir? Ich bin zu hässlich für die Liebe Wollen wir einfach die Hübsch machen? Hübsch Bitteschön Yeah Yeah Das war doof, der Grotte Okay Tete 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 Hallo Rotkämpfchen So Okay Brot Das liebste Essen Ne? Brot Ein Snack für die Großmutter. Wer bist du? Ich bin mir von diesen eine Münze. Da kriegst du eine schöne Glänzenmünze. Hier. Gelb. Hier eine schöne Glänzenmünze. Uhu. Und Einhorn. Wie romantisch. Ein buntes Einhorn. So, was ist das mit ihr? Hilfe, Hilfe, verleihe mal Haus ein Adjektiv, um die davon aufzuhalten und aufzuessen. Äh, äh, äh. Ähm, nicht lecker, ja. Ähm, nicht lecker, wie drückt man das aus? Äh, nicht lecker, also. Schlecht. Hässlich. Salzig, genau. Salzig. Hihi, 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 hihi. Salzig ist nicht schön. Oh, der 25. schon. Guck an. So, Großmütterchen. Mein Haus sieht so langweilig aus. Ich könnte ja das Farbe gebrochen. Ja, machen wir das einfach. Rot. Rot ist eine schöne Farbe. Zack. Bitteschön. Schönes rotes Haus. So, wer ist das du? Hilft dem Pionier auf dem Oregon, Oregon Trail? Oregon Trail? Hm? Weißt du's? Hm. Dieser Pilger geht Richtung Westen. Aber was ist dein Beruf? Gib ihm ein Objekt, um, äh, um ihn zu, zu einem Bauern, Schreiner oder Bankier zu machen. Soll ich ihm ein Objekt geben, ne? Äh. Geld? Das ist ein Bankier. Oh, nein. Was ist passiert? Mein Ochse ist am Typhus gestorben. Er schafft ein Typhus zu ersetzen. Ein... 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 buntes... schönes... Nil. 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 Pferd. Buntes. Juhu. Ich weiß nicht, wie man jagt. Ich schaffe jemanden, der mir... Ein Jäger. Ein großer... Großer Jäger. Mensch. Jetzt knallt er hier aber richtig alles kaputt, ey. Ich habe es... Deswegen schaffe ich jetzt ein Heim für mich. Äh. Eine Hüte. Blockhaus. Ja. Das Nilpferd. Das ist so geil. Dankeschön. Weiß ich, ob das so klappt. Das Nilpferd ist so schön. Das Nilpferd. Ach, herrlich. Den vervollständigt. Er läuft. Ja, sind durch mit dem. Ich gehe ja ruckzuck hier mit der Schaffmarine noch. Schauen wir mal. Ich kann heute nämlich nicht ganz so viel aufnehmen. Ähm. Das nächste Mal machen wir in der nächsten Aufnahme. Also, liebe Leute. Es war mir eine Freude. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich für diese Aufnahme von euch. Und... Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich ein Like da. Und ein... Ein Kommentar. Vielleicht auch. Wäre nicht schlecht. Das hilft mir sehr. Also, ich bin der Käpt'n mit mir. Wir sehen uns.